Inskop redet mal ernsthaft, Tims Hose holt meine Eier. Was? Das kannst du schauen, ist aber auch traurig wie die PP. Tim, was ist das für eine Hose, Junge? Junge, holt meine Eier. Junge, 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 Junge. Gutes Kommentar, Alter. Holy shit, Alter. Der Tau war sehr sympathisch. Aber wenn Tim halt seine Eier in die Kamera presst, muss ich wirklich los. Oh my god.